Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss dir die Wahrheit beichten. Ich komme aus der Zubau. Sorry, aber ich bin ein wenig verwirrt. Wie viel kostet eine Runde auf der Sonnenbank? Das ist keine Sonnenbank, das ist eine Zeitmaschine. Versuchen Sie es. Ist witzig. Ich habe die ganze Woche mit dir verbracht. Diese Nacht siebenmal hintereinander. Aber was ist mit deinem anderen Ich aus der Vergangenheit? Denkst du, ich bin verrückt? Ja, aber ziemlich süß. Hast du je zuvor eine Nacht wie diese erlebt? Ich musste unbedingt ein paar Sachen bei dir ändern, damit du perfekter wirst. Mit dem alten Gary ist das nie passiert. Eliminieren Sie den Schmerz. Eliminieren Sie den Menschen. Was genau hast du in meinem Leben verändert? Ich habe die Fähigkeit, dir diesen Schmerz zu entfernen. Aber du darfst mir nichts entfernen, Sheila. Es war in guter Absicht, Gary. Ganz wie bei Gender-Reveal-Partys. Am Anfang war es mir ein Unfall. Dann habe ich mich in dich verliebt. Und dieses Mal wird es funktionieren. Tja, das ist eine wahre, ich kann mich gar nicht entscheiden, Entscheidung. Ich liebe es, wenn du diesen Spruch machst. Was? Was? Willst du nicht irgendwas machen, was mehr Bedeutung hat, wie vielleicht Hitler-Kill? Naja, ich habe Smitsen gekillt. Wen? Genau, denn. Na, 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 na.